Ja, Roman steht hier hinter. Ich weiß nicht, wie lange er das jetzt noch machen möchte. Ist schon sehr amüsant irgendwie. Ich meine, vielleicht ist da eine Taktik dabei. Also ich nenne das überheblich, aber vielleicht sollte man noch ein bisschen warten. Ich lasse mal die Situation hier, weil das sieht schon sehr interessant aus. Alles andere, da kommt noch der zweite TBH-Spieler jetzt. Schön nach oben und der dritte auch noch. Ich weiß nicht, und macht ihr alle drei auf einmal. Alter Schwede. Also die Coolness, die Coolness muss man haben. Ja, also wirklich. Absoluter Respekt, die Coolness muss man haben, um so lange zu warten. Gottmund, gleich hinterher, Partyalarm, ja genau. Sperry, wo kommt der denn her? Roman holt sie hier aus dem Spiel. Unglaublich, unglaublich. Titi kommt hier, sehr, sehr geile letzte Runde, kann ich nicht anders sagen. Sehr interessantes Spiel.